Ich bin Steve Kieschnig, leitender Physiotherapeut vom Reha-Zentrum Rheinka. Hi, ich bin Niklas Heidkamp, spiele für den SCFK Leipzig in der A-Jugend und bin U18-Jugend-Nationalspieler. Haltet euch fit wie ein Spitzensportler und wir zeigen euch, wie es geht. Wir wollen jetzt mit dem Niklas zusammen den Seitstütz erarbeiten. Seitstütz ist immer wichtig, gerade für die seitliche Rumpfmuskulatur und natürlich für die seitliche Gesäß- und Hüftmuskulatur. Genau, der Niklas begibt sich mal in den Seitstütz. Wir machen mal zuerst die einfachere Version, das heißt, du kannst die Knie erstmal gebeugt unten lassen, dass du die Beine auch ruhig beugst, dabei die Füße so ein bisschen nach hinten bringst. Unterarmstütz heißt auch hier, genau, die Schulter schön fest, Hüfte ist gelöst. Genau, von der Grundspann natürlich wieder wichtig, Halterarbeit, unterer Rumpf. Jetzt könnte man das obere Bein dann dazu mitlösen, gestreckt lösen, jawohl. Und immer so eine Bewegung mit einbringen, dass du, genau, die Abduktoren mit dazu nimmst und die kräftigst. Sehr gut. Wunderbar. Genau, das wäre die einfache Version mit 3x12 Wiederholungen, jede Seite natürlich. Die fortgeschrittene Version, die Pro-Version wäre dann das Ganze mit gestreckten Beinen. Das heißt auch hier, Unterarmstütz ist fest, genau, die obere Hand auf die Hüfte stabilisieren. Beide Beine sind gestreckt gelöst und auch hier die Bewegung aus der Hüfte, aus dem oberen Bein. Genau. Versuch auch zu schauen, dass du das Bein nicht zu sehr in so eine Rotationsbewegung reinbringst, dass du es schön seitlich hältst. Genau. Mach ruhig noch zwei. Ein. Gut. Und erst mal Stopp. Machen wir jetzt noch mit dem Pendeln. Bleibst du noch mal in der Version? Machen wir wieder kurz, genau. Also, der Seitstütz, kurze Version. Auch wieder natürlich, die Beine sind gebeugt, die Füße schön nach hinten bringen und der Armstütz fest. Genau. Für die Grundspann und wieder sorgen, dass der Rumpf fest ist, das obere Bein wieder leicht lösen, gestreckt dabei. Genau. Und jetzt geht das obere Bein nach vorn und nach hinten weg. Also, eine Pendelbewegung aus der Hüfte, wo der Rumpf natürlich dann das Ganze ausgleichen muss, kontrollieren muss. Sehr gut. Jawohl. Schulter auch schön kontrollieren, dass die nicht zu den Ohren herangezogen wird. Wunderbar. Und die.